Einmal als ich Geburtstag hatte, feierte ich den Tag in der Schule. Und als wir Pause hatten, rammten wir alle raus. Ihr müsst aber wissen, zwischen dem Flur und dem Ausgang gab es noch eine schwere Tür, welche immer offen war. Aber an dem Tag war sie random zu. Und ich, der schon daran gewohnt war, hab selbstbewusst, wie ich war, die Augen zugemacht. Daraufhin knallte ich mit Vollspeed dagegen und machte mir die Vorderzähne kaputt. Man fuhr mich zum Zahnarzt und man hat mir die Zähne gefixt. Naja, und bis heute war das mein schlimmster Geburtstag, denn...